Moin Moin und willkommen zu unserer heutigen Folge und heute erkläre ich euch etwas über das LabiMod Wheel, nämlich das Ding mit dem ich in meinen Streams, die Frage kommt immer wieder hoch, Leute steuere, Befehle ausgebe und was meine ich hier? Ich zeige es euch und zwar mit Hilfe der lieben Centerparks hier drüben, wo bist du denn da? Da bist du! Genau und dieses Wheel meinte ich, also mit einem Mittelklick auf die Maus habe ich hier immer dieses Menü zur Verfügung und hier kann ich zum Beispiel sagen Add, Remove, Kick, Deny, MC, EC und all diese Dinge. Zum Beispiel EC, ich klicke also mit dem mittleren Mausrad drauf, gehe hier links auf EC, lasse das Mausrad los und sehe, sie hat zwei Emeralds und eine Karte in der EC oder ich gehe auf Infzee und sehe ihr Inventar. Man kann hier vieles machen, man könnte jetzt auch Pay 1000 Dollar hier drauflegen oder sonst was und genau wie man das konfiguriert, werde ich halt immer und immer wieder gefragt und deswegen zeige ich euch das heute. Wichtig ist natürlich, ihr müsst erstmal LabiMod installiert haben, wenn ihr LabiMod nicht installiert habt, habt ihr Pech, dann geht das Ganze nicht und dann seht ihr hier am unteren Bildrand Edit Player Menü. Um sicherzustellen, dass das aktiv ist, müsst ihr hier oben, wenn ihr LabiMod installiert habt, erstmal in diesem Menü hier schauen und dann guckt ihr hier durch und dann seht ihr hier Minecraft Chat, die ist das, Chatfilter, Icons, Player Menü. Hier muss auf jeden Fall an sein und hier drin Playmenü Editor an und Animation muss nicht an sein, habe ich in dem Fall an. So, wenn das alles an ist, dann habt ihr die Möglichkeit T drücken für den Chat öffnen und dann hier unten Edit Player Menü. Wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr hier schon meine von mir hinzugefügten Befehle. So, wie sieht das Ganze aus? Der Infzee-Befehl oder nehmen wir die EC, die ist ganz unten. Genau das, was ich eben getan habe, EC-Befehl, einmal draufklicken, dann seht ihr hier, was passiert. Das Ding habe ich EC genannt, das ist auch das, was mir angezeigt wird und was euch angezeigt wird ungefähr hier, da, 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 da. Das ist der Abonnieren-Button und die Glocke. Beides aktivieren, nichts mehr verpassen und weiter geht's. Kann es auch anders benennen. Wichtig ist, das Kommando, das ich jetzt ausführen würde, wenn ich es händig mache, das muss hier quasi drin stehen. Das heißt, ich mache slash EC wie im Chat und statt, dass ich den Namen schreibe, mache ich hier die geschwungene Klammer rein, name geschwungene Klammer und fertig. Dann gehe ich auf save und dann ist das Thema erledigt. Ich baue jetzt mal folgendes. Wir bauen jetzt mal zusammen ein pay1000, nenne ich das, so heißt es dann. Und der Command dazu ist slash pay1000. So, und da muss jetzt der Name dazwischen, also machen wir hier wieder die geschwungene Klammer auf. Die ist übrigens bei der 7 auf der Tastatur, also die Alt-Gr-Taste drücken, die 7, dann schreibt ihr Name rein und dann drückt ihr Alt-Gr 0 für die geschlossene Klammer und macht dann ein Leerzeichen rein. So sieht das Ganze jetzt aus und an der Stelle einfach auf save klicken. Jetzt ist das hier im Menü mit drin im Menübaum. Jetzt geht ihr hier drauf und wir finden pay1000, ein neuer Befehl hier drin. Und wenn ich genau das mache, wenn ich anklicke, Mauswiel festhalte, rübergehe, loslasse, zack, dann sehen wir hier unten, du hast Titan Centerparks 1000 Dollar gegeben. Also wirklich easy einfach. Das ist im Prinzip schon alles, was ihr wissen müsst. Also wir gehen noch mal kurz in das Menü rein. Einfach hier unten, Edit Player Menu und dann könnt ihr das hier entsprechend editieren. Bei Remove ist es das gleiche. slash p remove name by kick slash p kick name slash deny name. Immer das Name dort einsetzen, wo ihr, wenn ihr das im Chat eingeben würdet, ganz simpel eure Namen der Personen eintragen würdet, die das Ganze machen sollen oder auf dieses Ganze beziehen sollen. Mehr ist es tatsächlich nicht. Das war's schon für heute und wenn euch das gefallen hat, dann aktiviert doch das Abo und kann aber blick blick die Glocke und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Rusch, haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.